Meine sehr geehrten Damen und Herren, Lava-Brocken, so weit das Auge reicht, bis hinunter an den schwarzen Strand. In dem wogend starren Schotterfeld pfeift der Passat, summt an Kratern und Klüften in Hohlgängen über hauchdünnen Blasen in Adergeflechten aus Stein. Die bizarren Formen machen hellwach, sie dürsten nach Namen. Dort ein kobaltblaues Ei, ein grünes Rippenmuster von weißen, flechten Flecken überzogen, ein Überhang schwappt ins stille Wundrot, kraterdurchsetzter Fels wie ein Mond. Dort eine versteinerte Larve, dieses schilbrig-schimmernde Flöts ist der Flügel einer riesigen Libelle in ihrer Metamorphose. Gläsern, schwarze Gefäße und immer Abbruchkanten, Skalbellschärfe und dazwischen wohlige Höhlen wie Herzkammern der Vulkaninsel. Ich streife durch eine Handschrift, erkaltetes Magma wie Majuskeln in Zeilen, die ein verstummtes Gespräch bergen. Dieses Mardelava, Meer aus Lava, rauscht nicht. Seine Wellen liegen still, seine Strömung ist erstarrt. Erstaunlich schnell fließende Gesteinsschmelze floss vor zweihundert Jahren an dieser Stelle aus mehreren kleinen Kratern. Selbst die grasenden Ziegen konnten nicht mehr fliehen und verkohlten zischend. Nun ist alles Spur. Die zersplitterten Flächen bezeugen, was war, geronnene Steine, die Flut und wie sie blieb. Warum führe ich Ihnen diese ferne Landschaft vor Augen am Anfang eines Abends mit Arthur Becker? Es ist zunächst ganz einfach. In dieser Landschaft auf der Insel Lanzarote begegnete ich seiner Prosa vor Jahren zuerst. Und diese Landschaft ist für mich bleibend verbunden mit seinen Texten. Erstes Lesen und Landschaft überlagern sich. Aber damit ist nicht alles gesagt. Denn dass ich diese Überschneidung wahrnahm, darüber nachdachte, war nicht zufällig, wie überhaupt Assoziationen nie zufällig sind. Diese Landschaft hat größte Ähnlichkeit mit meinen Lektüre-Eindrucken im Werk Arthur Beckers. Auf der Oberfläche nüchtern, ja abgekühlt im Stil, ausgehärtet, zeugen die Sätze seiner erzählenden Prosa, seine Gedichte und seine Essays von geschichtlichen Beben, vom kaum verborgenen Tiefenverletzungen, Brechungen allüberall, Grate und Risse. In ihnen leben die Schatten von Krieg, von Gewaltexzessen, von Vertreibung, von verlorenen oder krampfhaft behaupteten Identitäten. Und diese Schemen sind bis heute nicht harmlos. Artur Becker ist ein genauer und sprachmächtiger, man möchte sagen mehrsprachmächtiger, Übersetzer polnischen Denkens und Empfindens in deutsche Vorstellungsräume. Und dabei ist er selbst irgendwo dazwischen, hier und dort und nicht hier und nicht dort. Und auch das verbannt das erste Lesen mit dem Ort dieses Lesens auf dieser Vulkaninsel Nanzarote. Und das zweite und dritte Lesen verstärkte den Eindruck, denn diese Insel besteht aus einer Kette von Kratern, ist entstanden in einer Verschiebung. Eine Platte der Erdkruste bewegt sich über einen wunden Punkt, einen Glutpunkt, einen Hotspot und immer wieder schlägt er durch, lässt Magma aufschießen und so reihen sich wie an einer Naht Krater an Krater aneinander. Artur Beckers Romane leben von ähnlichen Verschiebungen über historischen Hotspots. Figuren gehen fort, die Alten sterben und verstummen und dennoch bricht plötzlich an unerwartetem Ort eine Wunde auf, die nie verheilte. Plötzlich ist wieder da, was vergangen schien und es trägt die Lebenden aus der Bahn und es entsteht eine Kette von biografischen und geschichtlichen Kratern durch die Zeit. Artur Becker führt uns meisterhaft vor, wie kulturelle und nationale Identitäten verwirrend vielschichtig sind, unübersichtlich, kaum beherrschbar von begrifflichem und von politischem Denken, liegen doch immer zu viele Leichen im Keller. Und dabei hat er die große Sehnsucht nach einem anderen Ort, einer anderen Welt, Kosmopolen, ein Zuhause, an dem die Geschichte utopisch geheilt sei und wo sich Menschen schlicht als Menschen begegnen können. Aber dazu gleich mehr und genauer von ihm selbst. Artur Becker, 1968 in Borteschütze in Masuren geboren, lebt seit 1985 in Deutschland. Er stammt aus einer deutsch-polnischen Familie und immer wieder betritt seine Prosa und Lyrik die unsicheren Bezirke, die mit Worten wie Heimat, Identität, Nationalität oder Fremde schillernd umrissen sind. Polen, Massuren, das ist eine alte Heimat wie eine verlassene Liebe, ein Erinnerungsraum für den Autor, der so viele Geheimnisse birgt, so viele alte und neue Gespenster, so viel Kindheit, so viele mythischen Kräfte, dass er immer wieder schreibend dahin zurückkehrt und immer wieder schreibend flieht. Oder soll man es mit einem Bild der Kabbalah sagen, wie es dem in Theologie und Mystik bewanderten Autor vielleicht nicht fremd wäre, dass ein Teil seiner zersplitterten Seele dort ist und umherzieht und wandert? Staffe sagen nicht alles bei einem Autor wie Arthur Becker, der vom Gedanken her seine Texte entwirft, sehr oft jedenfalls, und Zitate und philosophische Exkurse liebt. Aber sie sind doch auch berät. In dem Roman Dadaisee von 1997 97 kehrt ein polnischer Gastarbeiter aus Deutschland zurück in seiner Heimat. In der Novelle Die Zeit der Strinte geht ein polnisch-deutscher Emigrant den Spuren eines Mordes an einem Kommandanten eines KZ-Außenlagers nach. Im Roman Wodka und Messer Lied vom Ertrinken kehrt ein Solidarnusch-Dissident in sein Heimatdorf zurück und es ist eine Reise in die Welt der Toten und der Vergangenheit um die Jahre des Kriegsrechts und in die Arme eines ertrunkenen Mädchens. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang heißt einen Psalm zitierend ein Roman der in Polen um 1989 spielt dann jüngst der Drang nach Osten unbedingt lesenswert ein autobiografisch gefärbtes Erzählwerk das sich tief in massurisches Erinnern nach dem Ende des letzten Weltkrieges gräbt. Wie Eisenspäne um einen Magneten richten sich die Bücher Arthur Beckers um einen Anziehungspunkt aus seine Herkunft die eben gar nicht so klar und eindeutig ist. Über den Drang nach Osten werden wir vielleicht noch sprechen an diesen drei Abenden auch über eine katholisch-kommunistische Kindheit über deutsch-polnisches Erinnern. Mein Herz ist in Polen mein Intellekt in Europa und mein Körper gehört Gaia unserer gemeinsamen Mutter Erde so schreibt Arthur Becker in seinem Essay im Zug durch Deutschland und ich will zu dieser polnisch-europäisch-griechischen Ahnenfolge ergänzen er schreibt das auf Deutsch nicht in seiner Muttersprache also wir betreten heute im ersten Teil der Chamisso-Dozentur Arthur Beckers einen unsicheren Boden so viel ist klar die Identität der Kosmopolen und die Rückkehr der Nationalismen so steht es über diesem Abend und wir sind gespannt. Guten Abend meine Damen und Herren ich bedanke mich ganz herzlich für diese Einladung in mein geliebtes Dresden das ich schon seit so vielen Jahren literarisch besuche ich weiß dass das ein Lampenfieberabend ist aber irgendwie habe ich den Eindruck ich habe heute ganz einfach eine ganz normale Lesung im Prinzip weiß ich gar nicht wo ich anfangen soll denn ich habe leider das dumme Talent dass ich sobald ich etwas anfange zu schreiben dass die Seiten sich von alleine vermehren und ich kein Ende finden kann und so der erste Vortrag hat schon 25 Seiten aber ich kann natürlich davon nur 15 vortragen wie schade aber schön ist dass Sie das alles später doch nachlesen können weil das auch in einer Buchform vorliegen wird was ich hier an den drei Abenden Ihnen erzähle und ich möchte sofort anfangen damit wir irgendwie in Zeit bleiben es ist ja so dass ich Folgendes sagen möchte für mich ist Adelbad von Chamisso auch ein Kosmopole aber der Weg in die Republik in der die Kosmopolen und die Chamissos dieser Welt leben ist lang und beschwerlich ich will Ihnen ein wenig schildern und erleichtern ich bin an zwei Orten aufgewachsen im masurischen Bartoszschütze an der Grenze zu Warmia Ermland einem einst ostpreußischen Städtchen an der Alle namens Bartenstein und im Erholungszentrum Morena am Dadaisee einen Morennensee der im Ermland liegt ich kenne eigentlich auch nur zwei Jahreszeiten wirklich gut den Winter und den Sommer die Winter gehörten gänzlich unserem sozialistisch-katholischen Provinzstädtchen in dem damals in den 60ern und 70ern des 20. Jahrhunderts Ermländer Masuren Deutsche Polen Ukrainer Weißrussen und Juden sowie Flüchtlinge und Vertriebene aus den ehemals polnischen Grenzgebieten im Osten aus Litauen und der Westukraine lebten und die Sommer regierten am Dadaisee an dem ich zwischen 1970 und 1982 zusammen mit meinen Eltern die zweimonatigen Sommerferien verbrachte Bartoszschütze liegt in meiner Erinnerung stets unter der ewigen Schneedecke Ostpreußens begraben in diesem kalten baltisch-sibirischen Klima auf das in meiner Kindheit noch Verlass war während die ermländisch-masurischen Seen symbolisch immer für die Zeit der heißen Sommerferien und des sorglosen Lebens im 3000 Seenparadies stehen werden denn dort in den Wäldern bauten wir Kinder Holzhütten an den Seeufern spielten wir Badminton und im Botshafen unseres Erholungszentrums Morena bewunderten wie die Segler mit ihren Jachten und den weißen Segeln die vor dem Inseestechen im Wind flatterten und hellischen Lärm verursachten dort im Erholungszentrum schien die ewige Juli und August Sonne des Friedens wobei uns die unzähligen Trinkgelage unserer Eltern am Lagerfeuer an dem meine Mutter zusammen mit ihrer jüngeren Schwester die heute in Kalgarien lebt polnische Schlager gesungen hatte so vorkamen als würden wir alle fast jeden Tag an einem nicht enden wollenden Sommerfest teilnehmen es war heiß schwül und die Feldgrillen amten die Zikaden Italien und Griechenlands nach ich war glücklich und vereint mit der Natur und meiner Muttersprache deren Einmaligkeit und Idiosynkrasie ich mir gar nicht bewusst war und regnete es dann gewaltig aus allen Eimern und Zuban des ermländischen Himmels manchmal sogar zwei Wochen lang Fremdsprachen wurden vor allem in unserem Bartensteiner Kino Musa gesprochen da in Polen Synchronisation bis heute eine Seltenheit ist und wenn mir jemand damals 1978 nach der Vorführung des in Manhattan spielenden und die CIA Machenschaften im Ölgeschäft entblössenden Polizriller die drei Tage des Condor vor Sidney Pollack erzählt hätte ich würde im Jahre 2020 im Frankfurter Hotel Lindley wohnen aus dem Fenster meines Zimmers auf das Gebäude der Europäischen Zentralbank blicken oder mit meinem Fahrrad entlang des Mainufers fahren um in der Metzler Straße auf der Terrasse einer Villa zusammen mit einer Freundin ein Glas Rosé zu trinken die verheißungsvoll leuchtenden Wolkenkratzer anzustarren und über Chinas wirtschaftliche Expansion in Afrika zu diskutieren hätte ich dem seltsamen Propheten sicherlich keinen Glauben geschenkt sondern ich hätte ihn zum Teufel gejagt und Fremdsprachen wurden auch in Morena gesprochen vor allem Deutsch heute denke ich dass die Deutsch-Deutsche Vereinigung in unserem Erholungszentrum in Polen ihren Anfang genommen hatte bereits in den 70er Jahren als es zwischen der durch die Kommunisten als revisionistisch verschwehenen BRD und dem kommunistischen Polen zur Annäherung kam nach dem Kniefall von Willy Brandt in Warschau und den Friedensverträgen von 1970 es war für uns Polen ein köstliches Bild das uns da plötzlich Sommer für Sommer dargeboten wurde sozusagen ein deutsch-deutscher Fernsehabend wenn die sogenannten Ossis und Wessis in unser Erholungszentrum kamen ihre Autos vor dem Bungalows parkten und anfingen ihre Camping Ausrüstung auszupacken sie standen vor ihren Trabis oder Audis und leerten die Kombis und Kofferräume die voller Schätze waren es kam uns vor als wären die Deutschen nicht zu uns gekommen um sich zu erholen und das Nachbarland besser kennenzulernen sondern um eine umfangreiche Expedition in die masurische Wildnis zu machen unsere Eltern saßen in den Anglersessen schlürften warmes Flaschenbier oder Limonade und beobachteten das Spektakel und wir Kinder liefen um die voll bepackten Autos herum und staunten darüber wie perfekt die Deutschen ausgestattet und organisiert waren tragbare Radios und Fernseher Kettensägen Zelte Gaskocher Konservendosen Schwimmflossen Angeln der Firma Shakespeare Taucherbrillen Campinggrille Taschenlampen und auf dem Autodach Kajaks Wanderschuhe für die Kinder Aufblasware Delfine dann noch die Außenborder für ein Schlauchboot und jede Menge Werkzeug einfach nichts durfte fehlen Beim Auspacken ihrer Gerätschaften waren sie keine geteilte Nation mehr sondern einfach Deutsche und als Kind fiel es mir schwer zu begreifen warum sie in zwei eigenständigen Staaten lebten Der Zweite Weltkrieg war zu der Zeit als die Deutschen anfingen regelmäßig ihr westlawisches Nachbarland im Osten zu besuchen in vielen polnischen Familien eigentlich immer noch nicht zu Ende gegangen saß doch die Erinnerung an die Gräuel und das Leid der Okkupation in den Menschen viel zu tief und nicht selten passierte es dass den Besuchern aus der BRD wie auch der DDR ein alkohol berauschtes Hechtler entgegengeschrien wurde wofür wir uns schämten Diese betrunkenen Sternfriede waren Kinder der Opfer und schlossen sich in ihrem Bungalows oder Zelten auf dem Campingplatz ein um Bier und Wodka zu trinken und Marihuana zu rauchen wobei diese Droge in der Volksrepublik selbst Ende der 80er Jahre selten konsumiert wurde jedenfalls bemühten sich die meisten polnischen Zeitzeugen und Opfer der Besatzung durch die Nazis um einen friedlichen Umgang mit den deutschen Besuchern so auch meine Eltern die nicht nur für mich prominente Diplomaten und Brückenbauer waren mein Vater der Leiter des Erholungszentrums konnte ein bisschen Deutsch und meine Mutter von der ich vermutlich ihre Neugierde und die Sehnsucht nach Begegnungen mit fremden Kulturen Sprachen und Ländern geerbt habe besaß keinerlei Berührungsängste und die langen vertrunkenen versungenen und verdiskutierten Abende und Nächte sind meine kostbarste Erinnerung West- und Ostdeutsche saßen an einem Tisch zusammen und bewunderten uns Polen weil wir in Danzig einen charismatischen Streikführer mit einer ungezügelten Fantasie und Zunge hatten der nach seinem Friedensnobelpreis eine weltweite Bekanntheit erlangen sollte wie Nelson Mandela gewiss unsere Cousins und Verwandten aus Rostock ist doch mein Vater ein Kind einer ostpreußischen Frau die sich 1945 zum Polentum bekannt und einem Polen geheiratet hatte machten Anfang der 80er Jahre während ihrer Besuche in Ermland und Masuren keine gute Figur ein landesweiter Streik in einem sozialistischen Stadt war ihnen nicht geheuer aber auch die westdeutschen Touristen vor allem die Linken schüttelten ihre Köpfe da sie nicht begriffen wie man Gewerkschaftler und gleichzeitig ein glühender katholischer Anbeter der Heiligen Mutter Gottes sein konnte und trotz dieser religiösen bei den westlichen Linken auf Widersprüche stoßenden Stärke der polnischen Arbeiterbewegung in Zeiten der damals nicht aufhören wollenden Streiks was letztendlich in der Einführung des Kriegsrechts im Dezember 1981 gemündet hatte ist die Einheit der Solidarność ein Mythos Der gemeinsame Kampf gegen den Kommunismus konnte zwar rechtskonservative linke sozialdemokratische liberale und selbst nationalistische oder gar trotzkistische Kräfte unter einen Hut bekommen und zähmen aber nur bis 1989 Man muss sich nämlich vorstellen dass die Solidarność Bewegung nicht nur der spontane Ausdruck der Sehnsucht nach Ziviler offener Gesellschaft im Sinne Karl Poppers war sondern auch ein Produkt der nationalen Identität Polens des unaufhörlichen Strebens nach Unabhängigkeit und dessen Wurzeln liegen auch in der polnischen Romantik im polnischen Messianismus und damit auch im Nationalismus Solidarność war auch eine Art moderner Messianismus und moderne Revolution jedoch im Sinne der Bewahrung bzw. Wiederauferweckung der nationalen Identität das heißt dass Solidarność sich vor allem durch komplizierte Widersprüche in ihrer Freiheitsideologie auszeichnet außerdem wurde ich schon als Kind von der katholischen wie auch der sozialistischen Ideologie philosophisch und politisch wachgerüttelt so dass mir die zahlreichen Widersprüche die nicht nur meine masurische Provinz beherrschten sondern auch die Gesellschaft der Großstädte schnell bewusst wurden ich will in dem Zusammenhang nicht bloß von der Hypokrisie der korrupten Parteisekretäre und des korrupten und demoralisierten Klerus sprechen solche Verhaltensweisen gab es in jedem sozialistischen Staat aber ich hatte schon früh den Eindruck gewonnen dass unsere Welt in Polen einer Tragik Komödie glich lebten wir doch in der Desillusionierung über die kommunistische Wirklichkeit die nichts mit der versprochenen Utopie des gerechten und glücklichen Paradieses auf Erden zu tun hatte einerseits andererseits versprach man uns in der Kirche das ewige Leben im unsterblichen Reich Jesu Christi doch die Priester und die Katechetinnen wirkten auf uns apathisch und jagten uns eher Angst ein da ihr Gott gar nicht so barmherzig zu sein schien wie sie ihn darstellten er litt für uns am Kreuz seine Qualen und Tränen machten uns Kinder traurig und raubten uns den Lebensmut Wir hatten andauernd ein schlechtes Gewissen und die Predigten am Sonntag reinigten unsere Herzen nicht damit wir jungfräulich bei der Kommunion Corpus Christi die Oplate herunterschlucken konnten sondern vergifteten sie manichäisch da uns Kindern kaum vermittelt werden konnte warum wir seinen Leib essen mussten warum der Priester sein Blut trinken musste die Eucharistie erschloss sich uns nicht mein Vater konnte schon 1983 ausreisen meine Mutter mit meinem jüngeren Bruder 1984 ich blieb in Bartoschitze allein und ich war im Grunde genommen was meine Begegnung mit der folkloristischen Religiosität anbetraf heilfroh als ich 1985 16 jährig endlich den Reisepass bekam und vor diesem leidenden mir ein schlechtes Gewissen einredenden Christus aus der Bartensteiner Kirche fliehen durfte obgleich ich mir im Westen keine Rettung versprach keine richtige bleibe denn eigentlich war ich nicht nur auf den Heiland und die Kommunisten auf Jesus und Marx wütend sondern auf die Welt der Erwachsenen und damit auch auf meine Eltern und darauf dass sie mich den angehenden polnischen Dichter der 1984 in der Gazette Olsztynska als Lyriker Debütierte in die BRD entführt hatten zur Emigration wurde ich gezwungen war ich doch noch nicht volljährig so dass ich meinen Eltern auf ihrer Flucht aus dem kommunistischen Ostblock hatte folgen müssen im Zug der berühmten Berolina nach Hannover freute ich mich jedoch darüber dass ich meine Eltern und meinen Bruder nach der langen Zeit der Trennung endlich sehen und dass ich dem zum Scheitern verurteilten und durch den homo sowjeticus vulgarisierten Sozialismus den Rücken kehren konnte ich freute mich und zugleich bekam ich Angst da ich mich schon erwachsen fühlte und wieder meinen Eltern noch dem westdeutschen Bildungssystem gehorchen wollte das Naturell des Polen ist rebellisch was ihm allerdings oft zum Verhängnis wird nur ich war in meiner Pubertät ein Nervenbindel da nichts sicher zu sein schien weder meine Zukunft noch die der Welt und Europas voller Widersprüche in meinem Intellekt und Herzen stieg ich in Hannover aus der Berolina aus um ein neues Leben zu beginnen aber ich war ein Mischwesen eine Mischung aus Punker und Hippie Trotz Kisten und Anarchisten Dichter und Erzähler Außerdem kam ich in dieses damals geteilte Land in dem ich heute einer der 21 Millionen Bundesbürger mit dem sogenannten Migrationshintergrund bin voller Erinnerungen und Zukunftspläne die jedem Jugendlichen das Adrenalin in den Kopf steigen lassen aber in Wahrheit wurde ich sofort stumm ich musste erst Deutsch lernen denn 1985 lasen wir am Pferdener Gymnasium die Deutschstunde und Sanzibar oder der letzte Grund und ich verstand nur Bahnhof ohne zu wissen dass ich im Pferden an der Aller von 2000 bis 2020 in der Bahnhof Straße wohnen und 15 Bücher schreiben würde mein Deutsch steckte damals jedenfalls noch in den Kinderschuhen und ich konnte lediglich literarisch denken und psychologisch jedoch nicht in der deutschen Sprache weil ich ein stummer masurischer Fisch war für ein halbes Jahr verstummte ich und lernte den Duden auswendig aber 2003 lernte ich vor allem Siegfried Lenz kennen ich Schriftsteller Pole Kosmopole zumindest ein angehender und ich stellte fest dass Siegfried Lenz mit mir so sprach als wäre ich tatsächlich sein ostpreußischer Landsmann er benutzte sogar einmal das Wort den korrekt Begriff Landsmann doch ich war dieser Zeitgenosse nicht weil ich sofort in jedem Moment ich brauchte nur das Mal aufzumachen auf meine polnische Herkunft reduziert werden konnte und ich staunte über die Frage die mir Siegfried Lenz gestellt hatte und sprechen Sie noch polnisch ich war wieder stumm zumindest für einen Augenblick denn er sagte als nächstes ja ja das waren furchtbare Zeiten aber es ist schon so lange her ach Gott Masuren ich habe damals sofort verstanden dass Lenz ebenso nicht nur auf seine Herkunft reduziert werden wollte so wie ich in meinen Anfangsjahren in der BRD nicht mehr auf meine polnisch ostprasillische Herkunft reduziert werden wollte auf meinen polnischen Akzent das rollende R wir haben doch in unserer Volksrepublik Julio Cortaza und Thomas Benhart gelesen Pat Messini und King Crimson gehört und wir lebten in Mitteleuropa Milan Kunderas und Polen war eigentlich das liberalste Land in diesem stalinistischen Yalta Komplex neben Tschechien und Ungarn ich musste nur Deutsch lernen den Zungenbrecher für einen Slaven und ich musste begreifen was eigentlich zwischen 1933 und 1945 in diesem Land passiert war wie es zu diesem totalen moralischen Versagen einer ganzen Nation in einem der wichtigsten kulturgeschichtlich betrachtet Stadt Europas kommen konnte aber nach 35 Jahren des Schreibens und Publizierens in meinem Deutschland bin ich wieder ein Heimatloser geworden ein Hotelmensch der in seinem Hotelroman der unstäbliche Mr. Lindley wohnt in der Fiktion also aber auch in der Realität in unserer digital virtuell mobilen Wirklichkeit der globalen Diversitäten Ich sehe ich sehe in meiner erneuten Heimatlosigkeit die am Tag der Liquidierung meiner elterlichen Wohnung in Bartoschütze 1985 den Anfang nahm eine natürliche Konsequenz zumindest für mein Schicksal und für mein Selbstverständnis das sich darin ausdrückt dass ich Kosmopole bin der in der Freiheitsrepublik Kosmopolen wohnt dem dritten Raum des Aussprechens wie es Homi Baba postuliert hat der die Hybridität im Werk der Migrationsautoren zum Ausdruck bringen soll Meine Republik Kosmopolen liegt in der Tat zwischen den Welten nicht nur zwischen Deutschland und Polen Ich habe sie in meinem Essay-Band von 2016 mit dem gleichnamigen Titel so beschrieben als einen Ort an dem unsere Identitäten nicht verloren gingen obwohl wir Migranten unsere Geburtsorte endgültig verlassen hätten denn wir lernten sie zu bewahren und auch für die Einheimischen attraktiv und nützlich zu machen Ich habe auch postuliert dass diese Freiheitsrepublik Kosmopolen ein hybrider geistiger Raum ein Pendant zu dem öden Land Urlo sei in der poetischen Symbolik von William Blake die moderne Hölle auf Erden in der Technokratie der kalte Verstand das spätische Gelächter und das Gefühl unsere endliche Existenz sei absurd vorherrschen würden und ich bin nicht einfach aus Pferden nach Frankfurt am Main umgezogen Meine Ehe ging nach 30 Jahren zu Bruch und ich musste Pferden und mein Arbeitszimmer in der Bahnhofstraße verlassen Ich musste eine lange Phase in meinem Leben abschließen die Vergangenheit wieder auf ein Abstellgleis stellen damit sie dort auf mich wartend eines Tages eine literarische Reife erreicht sodass ich dann auch über meine deutsche Vergangenheit werde schreiben können Der Abschied von der deutschen Wohnung in Pferden glich allerdings dem Abschied aus Bartoschütze wo ich 1985 eine vollkommen leere Wohnung meiner Eltern neuen Mietern überlassen hatte Im Fluch hing bloß nur noch der Spiegel denn ich zum Abschied sagte Adieu wir sehen uns nie wieder Danke Wohnung Das gleiche Ritual wiederholte ich in Pferden diesmal aber von Deutschland nach Deutschland auswandernd auswandernd weil der konkrete Raum in Pferden und Bremen für mich aufgehört hatte zu existieren er verwandelte sich in die totale Vergangenheit wie einst meine Volksrepublik Polen Recht hat also Josef Brodsky der in seinem Essay der Zustand den wir Exil nennen von 1988 schreibt dass der Exilant ein besonderes Verhältnis zu seiner Vergangenheit habe sie sei eigentlich alles was er besitze und doch gibt es zwischen der Zeit des Kalten Krieges in der er diesen Essay schrieb und unserer Gegenwart einen feinen Unterschied in unserem Hier und Jetzt finden wir einen Ort namens Exil nicht mehr so leicht befindet sich doch unser Planet in einer globalen Metamorphose klimatisch wirtschaftlich politisch ideologisch und seit neuestem pandemisch was nützt es also für einen Dichter heute in die USA zu fliehen die von einem antidemokratischen weil zum autoritären neigenden Präsidenten regiert werden das Imperium wie Brodsky auch die USA nannte verwandelte außerdem seit dem zweiten Golfkrieg den Nahen Osten in eine Pulverfass Region was für Europa und auch ihre Kolonialgeschichte enorme Konsequenzen hat zwischen einem Kriegsflüchtling und einem Exildichter gibt es jedoch einen wesentlichen Unterschied der Dichter rettet sich ja ins Exil nicht nur deshalb um dem Terror zu entgehen um seine Haut und Familie zu retten er muss wieder in Freiheit über die Dinge schreiben können die seine Emigration den Entschluss zu dieser überhaupt erst herbeigeführt haben wer aber gibt diesem Dichter auf seiner Flucht die Garantie dass er sich zum Beispiel in Deutschland wirklich sicher fühlen könne natürlich niemand da nicht nur das Klimafakt spielt die Radikalisierung der religiösen Fanatiker oder der Rassisten ist ein weltweites Phänomen geworden und dass man seinen Computer hacken kann ist heute schon so etwas wie ein Kavaliersdelikt wieder wieder die USA noch Deutschland wo vor den Synagogen schwer bewaffnete Polizisten stehen und wo es mehr antisemitische Vorfälle gibt als in Polen das im Allgemeinen als ein antisemitisches Land gilt fälschlicherweise sind heute sichere Exilinseln die sie einmal speziell vor 1989 gewesen waren ein Dante oder Luther hatte in seiner jeweiligen Epoche ganz andere Bedingungen um die Flucht ins Exil zu organisieren sie waren weder schlechter noch besser im Vergleich zu unseren heutigen Bedingungen doch was damals anders war vor allem die nationale Identität und den christlichen Glauben betreffend ist der Umgang mit dem Preis den man für sein Exill Leben zahlen muss heute ist man als Exillant nicht mehr auf die Gunst eines progressiven Fürsten und Mäzenen angewiesen der fortschrittliche Dichter Künstler und Geister um sich schart eine demokratische Verfassung setzt sich heute für den Exillanten und Emigranten ein um sein Leben und sein Werk zu schützen und deshalb und nur aus diesem Grunde sind rechtskonservative und rechtsnationale Parteien Bewegungen und vor allem Medien so gefährlich sie lassen für die Idiosynkrasie eines Emigranten Daseins keinen Spielraum sie reduzieren ihn auf den fremden Mann der vor der Tür steht und Brot stellen will sie instrumentalisieren die Angst und erschaffen so eine künstliche Niedergangsstimmung der Kultur hat sich jemals ein Dichter aus Dresden Gedanken darüber gemacht wie ich mich fühlen muss der ich Artur Becker heiße der ich von meinen polnischen Zeitzeugen weiß wie der Generalleutnant der Waffen SS und Polizei Heinz Reinefahrt im Warschauer Aufstand von 1945 mordend gewittet hatte wenn ich auf ein soziales Schmarotzatum reduziert werde ja meine Eltern wollten ein besseres Leben deshalb entschieden sie sich kurz nach der Aufhebung des Kriegsrechts 1983 nach Westdeutschland auszuwandern das stimmt aber eigentlich hatten sie sich damals vor allem für die offene Gesellschaft entschieden für eine funktionierende Verfassung Konstitution eben nicht nur für das Brot und dann gibt es noch die Kehrseite des Ganzen der heutige Exzellent der weltweit großen Ruhm genießt zeichnet sich allerdings gelegentlich durch eine merkwürdige Naivität aus nach drei Jahren in seinem Berliner Exil wird man noch nicht verstehen dass die Deutschen in erster Linie Menschen sind für diese so banale Erkenntnis braucht ein Exilant viele Jahre insbesondere dann wenn er unter Defetismus leitet eine Flucht nach London wird weder die Deutschen noch die Engländer beeindrucken und die Schubladisierung die Reduzierung auf Mentalität die Muttersprache den kulturgeschichtlichen und nationalen Kontext in dem ein Bild von einem Land entsteht sind typische Merkmale einer sehr einseitigen weil beschneidenden Perspektive da auch der Exzellent sein neues Zuhause verfremden kann Wer als Exzellent beziehungsweise Emigrant nicht allegorisch denkt wird in seiner Heimatlosigkeit bis zu seinem Tod gefangen bleiben wie in einer Ungeziffer Falle Er muss sich den dritten Raum des Aussprechens schaffen da er in seinem Exil niemals die Person wieder werden kann die einmal zu Hause gewesen ist selbst dann nicht wenn er sich für den Wechsel der Literatursprache entscheidet Er wird sie seine neue Sprache lediglich bereichern erweitern und noch offener für neue humanistische und geistige Ideen machen was doch schon als großer Erfolg gewertet werden kann aber er wird nie in ihr heimisch werden wie es die Muttersprachler sind die mehr oder weniger durch ihre Sprache gefangen genommen werden sie sind von ihr besessen und sehen in ihr einzige geistige und literarische Heimat was wäre ein Czesław Miłosz ohne seine polnische Muttersprache er betonte oft sie sei in schwierigen Augenblicken zum Beispiel während des zweiten Weltkriegs oder im kalifornischen Exil in dem er sich aus Einsamkeit mit dem weißen Möwen über der Bucht von San Francisco habe unterhalten müssen seine einzige Rettung gewesen meinen nationalen meinen nationalen in Polen geschneiderten Mantel empfand ich allerdings schon in meiner Heimat als störend das Vaterland das ich dort auch als Mutterland einmal besessen hatte ist für einen polnischen Intellekt eine Bürde man kann sich verlaufen und dem Nationalstolz und der ewigen Opferrolle direkt in die Arme laufen das ist eine traurige und ermüdende Gefangenschaft eines der schönsten Gedichte zu diesem Thema aus polnischer Feder stammt von Miłosz der in meine treue Sprache schreibt zitiert in meiner Übersetzung meine treue Sprache ich stand dir zu diensten Nacht für Nacht stellte ich vor dir Schälchen voller Farben auf damit du eine Birke und eine Heuschrecke und einen Gimpel haben könntest wie sie in meiner Erinnerung erhalten geblieben sind und das hat über viele Jahre hinweg so gedauert du warst mein Vaterland weil ein anderes gefehlt hat ich 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 dass du auch eine Vermittlerin werden würdest zwischen mir und guten Menschen selbst wenn sie 20 oder gar nur 10 gewesen oder noch gar nicht geboren worden wären Jetzt gebe ich meine Verzweiflung zu es gibt Zeiten da scheint es mir ich hätte mein Leben verschwendet denn du bist eine Sprache der Erniedrigten eine Sprache der Unverständigen und solcher die sich selbst vielleicht mehr hassen als andere Nationen und du bist eine Sprache der Spitzel eine Sprache der Verwirrten die krank sind vor eigener Unschuld Aber ohne dich wer bin ich dann nur ein Schullehrer irgendwo in einem fernen Land es Suczess ohne Angst und Demütigung Nun wer bin ich ohne dich ein Philosoph wie jeder andere Ich verstehe aber das sollte meine Erziehung sein Der Glorienschein der Individualität wird mir abgenommen dem Sünder aus einem Moralspiel vom Schicksal der rote Teppich ausgerollt und zur selben Zeit wirft eine magische Laterne Bilder menschlicher und göttlicher Quallen auf die Leinwand Meine treue Sprache vielleicht bin ich es der dich retten muss also werde ich weiterhin Schälchen mit Farben von dir aufstellen mit den hellen und sauberen wenn möglich weil im Unglück stets etwas Ordnung oder Schönheit benedigt wird Berkley 1968 Miłosz ist mein Meister und ich liebe seine Ironie seinen universellen ja kosmischen Blick aus der Vogelperspektive aber um ehrlich zu sein hatte ich in meiner polnisch sozialistischen Schulzeit schnell eine Aversion gegen die pathetischen und rhetorischen Gefühlsausbrüche entwickelt die jede sozialistische Partei und Nationalfeier begleitet hatten so den ersten Mai zum Beispiel die Redner Pulte glühten vor Hass auf sozialistische Feinde und das Wort Vaterland war heilig und überall zugegen omnipräsent auf den Straßen im Rundfunk und Fernsehen in den Fabriken und in den Schulen und gleichzeitig was wieder zu einem Widerspruch führte war ich mir der Tatsache bewusst wie aussichtslos und heroisch während des Zweiten Weltkrieges der Kampf der größten Widerstandsarmee Europas der Armia Krajowa gegen die Polen okkupierenden Deutschen war wie teuer die Verluste waren wie zahlreich die Opfer auch später die aus den Henkerhänden des Sowjets die 1945 ostwärts der Weichsel auf Stalins Befehl sehr ruhig gewartet hatten bis sie bis sich die Aufständischen gänzlich ausbutten würden den Warschauer Aufstatt und das NKWD Verbrechen von Katten bei Smolensk wo zigtausende Offiziere und Repräsentanten der polnischen Elite von den Sowjets per Nackenschuss ermordet wurden durfte man im Sozialismus nirgendwo offiziell erwähnen obwohl wir wussten was in Warschau und Katten im Krieg passiert war die Pariser Exilzeitschrift Kultura versorgte nach 1945 ihre Landsleute in der Volksrepublik Polen mit historischen Büchern und Heften die ausreichend Beweise für die Verbrechen der Nazis und Sowjets lieferten und jeder Intellektuelle kannte Josef Matskewitsch den konservativen Schriftsteller und Emigranten aus München der 1941 auf Einladung der deutschen Wehrmacht Katten besuchen und die Massengräber mit polnischen Offizieren begutachten durfte Matskewitsch ist bis heute eine umstrittene Gestalt doch die dichtenden Kosmopolen die Jerzy Giedroyc der Kultura Verleger um sich und seinen Exilverlag in Paris geschaut hatte kämpften allerdings auf ihre eigene Art und Weise gegen die Dämonen des polnischen Nationalismus zumal sie ihn in den Zeiten zwischen den beiden Weltkriegen an eigener Haut erleben durften wie zum Beispiel Widod Gombrowicz oder Miłosz Gombrowicz Roman Transatlantik dessen Autor in Argentinien und später in Frankreich gelebt hatte demontiert sarkastisch die Mentalität des polnischen Mannes der sich für einen Patrioten hält vor allem aber für einen unabhängigen Geist dem aufgrund seiner polnischen Herkunft im Prinzip alles erlaubt ist der Roman ist eigentlich eine böse Satire und der sogenannte Sarmatismus die Kultur des polnischen Adels wie auch die Epoche der Romantik werden in diesem Buch auf ihre Schwächen und Imponderabilien untersucht so dass insgesamt ein urkomisches und vor allem lästerliches Bild des Polen und seiner Heimat entsteht nationale Devotionalien werden vom Altar niedergerissen und regelrecht bespuckt in Miłosz autobiografischen Essayband West und östliches Gelände von 1961 geht es noch härter zur Sache was die Kritik des polnischen Nationalismus angeht sein Buch wird von den polnischen Nationalkonservativen heute oft zitiert aber als ein Beispiel des Antipolentums wen wundert's beide Autoren Gombrowitsch und Miłosz waren Zeitzeugen die in den 20er und 30er Jahren ihres mörderischen Jahrhunderts den Siegeszug des Diktators Josef Piłsudski aber auch den des Herausforderers und Gegners Roman Dmowski eines Nationalisten und Antisemiten alltäglich erleben durften in den Zeitungsberichten im Rundfunk oder gar auf den Straßen In West- und östliches Gelände schreibt Miłosz über den tiefen Schmerz der Ratlosigkeit die sich in ihm eingenistet hat sah er doch oft keine Rettung mehr für seine hart geprüfte Heimat zumal das Ende des sowjetischen Imperiums auch für ihn in weiter Ferne zu liegen schien in meiner Übersetzung Die kommenden Jahre Jahrzehnte nahmen für mich wenn ich auf der Straße ging ein wachsames und angespanntes Aussehen völliger Sündlosigkeit an und was auch immer ich bisher erlebt hatte hatte sich nach einer kurzen Zeit der Erleichterung oder Selbstverteidigung angestaut und verdichtet so dass ich bereit war zu behaupten ich gebe es ehrlich zu dass auf diesem Teil Europas ein Fluch lastet dass da nichts mehr hilft und es kann sein dass ich wenn mir ein Weg gegeben worden wäre dieses Land vielleicht in die Luft gesprengt hätte damit Mütter nicht mehr um ihre 17-jährigen auf den Barrikaden getöteten Söhne und Töchter trauerten damit das Gras nicht mehr auf der Asche von Treblinka Majdanek und Auschwitz wüchse damit der Klang einer Mund nicht auf albtraumhaften zertretenen Dünnen der Vororte und unter einer Zwergkiefer ertönte denn es gibt eine Gattung des Mitleids das man nicht ertragen kann und dann wird sein Objekt zumindest subjektiv in die Luft gesprengt das heißt wir werden nur noch von einem einzigen Wunsch überwältigt nicht mehr hinschauen zu müssen das Gift des Nationalismus gepaart mit dem Gift einer Ideologie wie der kommunistischen in sowjetischer Ausführung zum Beispiel ist die explosivste Mischung weil dann der Mensch auf ein austauschbares Objekt reduziert wird auf ein kleines Rädchen in der Weltgeschichte zu deren Diensten er stehen muss und wenn es nötig wird wird sein Leben sogar geopfert für die große Sache kaum einer hat dieses doppelte Gift so bitter erfahren wie Gustav Herling Grudzinski der Kosmopol aus Neapel der als Redakteur für die Kultura in Paris und seinen Freund Jerzy Gedroch titanische Arbeit geleistet hatte Herling wie man ihn in Deutschland verkürzt nennt schrieb als ehemaliger NKWD Häftling wie auch Anders Armee Soldat der bei Monte Casino gegen die Deutschen gekämpft hatte neben seinem Gulag Lagerbericht Welt ohne Erbarmen von 1951 Erzählungen und ein gigantisches Tagebuch das in den 50ern begonnen tatsächlich erst mit seinem Tod geendet hatte im Jahre 2000 sein Sein Schwieger Vater war Benedetto Croce ein Humanist und Antifaschist der wohl das 19. Jahrhundert und seine Mechanismen die zu den Katastrophen des Ersten und Zweiten Weltkrieges wie auch zum Siegeszug des Faschismus und Kommunismus geführt haben von allen Philosophen seiner Epoche am sensibelsten verstand und beschrieb Henrik Herling selbst obwohl er den runden Tisch von 1989 der in Polen Dissidenten und Kommunisten vereinigt und zu den ersten fast freien Wahlen geführt hatte als einen Verrat betrachtete weil in Polen Kommunisten und ihre Handlanger für ihre Verbrechen laut seiner Thesen nicht ausreichend zur Verantwortung gezogen worden seien und zwar sofort nach der Wende ist für die heutige polnische nationalkonservative Regierung ein Heros ersten Ranges Hier taucht schon der nächste Widerspruch auf Herling verabscheute den Nationalismus genauso stark wie es seine Freunde Ignacio Silone und Nikola Czaramonte taten die beiden kritischen Kommunisten Antifaschisten und Herausgeber der Zeitung Tempo Präsente Herling würde sich heute solche Parteien wie die PiS oder die AfD mit Entsetzen anschauen wie auch die heutigen Demonstranten die mit satten Bäuchen auf die Straße gehen und eine Konstitution also ein juristisch demokratisches Heiligtum mit der regierenden Partei identifizieren im Guten wie im Bösen Man Man sollte sich auch in diesem Zusammenhang einfach vor Augen führen was Herling in seinem sowjetischen Gulag Lager erlebt hat als junger polnischer Soldat der einfach nur Schiffsteller werden wollte Ich erinnere mich an die Gespräche zwischen den Häftlingen die er in seinem Lagerbericht wiedergibt Die Deutschen hätten so das Narrativ des Kosmopolen aus Napel und seiner Leidensgenossen in seinem Buch eine äußerst effektive und gnadenlose Methode entwickelt die Gaskammern Aber die Sowjets hätten noch grausamer sein wollen noch effektiver als Hitler In ihren Gulag Lagern sollten die Häftlinge einen langsamen und qualvollen Tod erleiden über viele Jahre hinweg sinnlose Arbeiten ausrichtend im Wald vor allem im Winter Es ist auch kein Wunder dass Herrling ein großer Bewunderer der Dichtung von Miosch denn er sogar in seinen jungen Jahren zu einer Lesung nach Warschau eingeladen hatte natürlich lange vor dem Zweiten Weltkrieg denn Essay Band verführtes Denken von seinem hochtalentierten Freund aus Wilna als eine mehr oder weniger abstrakte und erdabgewandte Lektüre empfunden hatte Nach fünf Jahren im diplomatischen Dienst der Volksrepublik Polen in Washington und Paris hatte Miosch ausreichend viel Zeit gehabt um um sehen und zu analysieren was Stalinismus in Wirklichkeit bedeutet bedeutet Miosch verführtes Denken handelt dabei eigentlich von den hegelianisch marxistischen Versuchungen denen der junge kommunistische Stadt in Polen seine besten Intellektuellen ausgesetzt hatte vor allem erzählt aber dieser Essay Band von der Schwäche der Intellektuellen die sich selbst belügen verstecken oder beim Morden mitmachen mussten um in dem stalinistischen System überhaupt überleben zu können Für Herrling der dem Tod im Gulag Lager täglich begegnet war weil die Häftlinge vor Erschöpfung und Hunger wie Fliegen krepierten erschien Miosch Essay Band wie eine gut gemeinte dem Humanismus verpflichtete Kopfgeburt eines erfolgreichen und zugleich verzweifelten Diplomaten Dichters und Intellektuellen mehr nicht Miosch geniale psychologische soziologische Analyse der menschlichen Verhaltensweisen in einem Regime hatte Herrling natürlich begriffen aber trotzdem warf er seinem kosmopolnischen Freund vor dass er letztendlich die endgültige Grausamkeit der sowjetischen Wirklichkeit unterstallen nie verstehen werde weil ihm die Gulag Lagererfahrung fehle dieser Konflikt ist bezeichnend denn er zeigt wie wichtig die Widersprüche für das Verstehen historischer und kulturgeschichtlicher Prozesse sind sobald es um zwei Dinge geht das Überleben in einem Gulag Lager und das Überleben in der Elite eines Regimes dem eine radikale Ideologie den Weg beleuchtet Sie 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 werden Sie werden natürlich fragen warum ich eigentlich all diese Geschichten hier erzähle schließlich geht es doch um eine Poetik Dozentur Ja klar darum geht es aber ich musste als polnischer Autor der auf Deutsch schreibt und der damit auch ein deutscher Autor geworden ist einen sehr langen Weg zurück legen mir ist in meiner Volksrepublik Polen vor allem eine Identität in die Wege gelegt worden die nationale der ich mich mein Leben lang hätte verpflichtet fühlen sollen solch einen Eindruck gewann ich schon schnell weil ich bereits ein aufgeweckter und non-korformistisch eingestellter Jugendlicher war und ich war mit dieser Aufbördung auch dann nicht einverstanden als nach der Wende in Polen und anderen ehemaligen Ostbrockländern ein langsamer Prozess Demokratisierung einsetzte ich wollte auch nicht auf meine antikommunistische Haltung reduziert werden zumal diese in Polen stets populär war und damit auch letztendlich wenig glaubwürdig jeder behauptete er sei antikommunist unter anderem deshalb musste ich auf der Suche nach meinem Kosmopolen einen so langen Weg zurücklegen weil ich zudem auch noch die folkloristisch katholische Identität aus meiner Bartensteiner Provinz mit der atheistischen stattlich verordneten kombinieren musste und beide Ideologien verursachten automatisch zahlreiche Widersprüche für meine existenzielle ja ontologische Situation schlimm genug ist aus diesem Grunde der Versuch vereinzelter Ignoranten in unserem heutigen Deutschland den ehemaligen Bürgern aus dem sozialistischen Lager den Vorwurf zu machen wenn auch ganz leise sie hätten viel zu oft eine sogenannte postnationale Geschichtsperspektive wie bitte Polen hat sich zum Beispiel bis heute von den Schrecken der deutschen Okkupation noch nicht richtig erholt genauso wie die Juden ihre Brüder und Schwestern tragen sie tiefe Narben die ehemalige DDR wohnt nach wie vor in vielen gekränkten Seelen und Intellekten weil die DDR ein terroristischer Unterdrückungsapparat gewesen ist das Leid der Opfer aus dem ehemaligen Ostblock wird in Westeuropa allerdings viel zu oft rationalisiert und vor allem im Kontext des Kalten Krieges analysiert die Individuen mit ihren Idiosynkrasien und das Psychoanalytische bleiben dabei auf der Strecke ich danke Ihnen herzlich vielen Dank ja angesichts 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 dieses Feuerwerkes von Gedanken bin ich froh dass wir nicht nur einen Abend haben sondern drei die fangen ähm ihr erster Satz war ich weiß nicht wo ich anfangen soll das ist ja vielleicht der Ursatz des Kreativen jeder der malt jeder der schreibt jeder der komponiert weiß nicht wo er anfangen soll und doch ist der Anfang ja immer doch schon da ähm Martin Heidegger beginnt seine eine seiner Aristoteles Vorlesungen mit dem viel zitierten Satz Aristoteles wurde geboren arbeitete und starb und nun zu seinen Werken will heißen für einen Denker macht die Biografie trägt sie nichts aus sie gehen genau den anderen Weg jetzt an diesem Abend sie beginnen mit diesen ganz wunderbaren plastischen Geschichten ihrer polnischen Kindheit ihrer Herkunft ja auch mit Wechselfällen des Lebens ist die brüchige Biografie ist die Kindheit für sie der Ort wo Kunst eigentlich den Anfang hat und den Lebensgrund möglicherweise auch ihr Ziel am Anfang war das Wort heißt es doch in unserer Kultur nicht wahr aber ich habe einfach viel zu viel Stoff und habe viel zu viel erlebt und viel zu viel gelesen und trotzdem bedeutet das nichts wie mir schon in einem Gedicht sagt kurz in die Jahre kurz die Minuten die Stunden ich habe so wenig gesagt gemacht und im weiteren Verlauf in der zweiten Vorlesung werde ich von meiner Krankheit sprechen quasi dass ich meine größte Angst sei behaupte ich ich würde das nicht schaffen ich würde all die Menschen die ich kennengelernt habe speziell natürlich in Polen und Deutschland literarisch nicht erfassen können und das ist vielleicht der Anfang dass ich zu solchen Autoren gehöre oder Dichtern kann man sagen eigentlich Dichtern die mit der Vergangenheit nicht klarkommen oder nicht verstehen warum dieses permanente Verschwinden und ich spreche nicht von seinem Verschwinden was auch dramatisch war ich war vor zwei Jahren in Chile und versuchte zu verstehen was eigentlich dort passierte und dort gibt es Menschen bis heute die keiner weiß wo sie sind ich spreche von normalem alltäglichen Verschwinden und das ist schon ein großer Motor weil ich sammle sozusagen ja und das ist ja nichts Neues es gibt verschiedene Schriftsteller bleiben wir bei meinen Lieblingen Isaac Barzewicz Singer oder nehmen wir poetische Dichtung von Sebald dann ist das ja ein ständiges Sammeln glaube ich insofern ist so ein Poetikdozentum für mich natürlich ein gefundenes Fressen das merkt man Ihnen an das Sammeln ist ein schönes Wort für Ihre Prosa Sie sammeln vorrangig aber Erinnerungen ist das so es gibt Schriftsteller ja ich bin Migrant ich versuchte das zu erklären Brodsky in diesem Essay dass man diese Migrant überhaupt die Vergangenheit nicht mehr versteht und dann ist es ich bin ja Gott sei Dank noch Poler also ich bin eigentlich Westeuropäer aber so ein Brodsky der Russe war die Russen kommen doch überhaupt nicht mit ihrer Vergangenheit klar und im 19. Jahrhundert vielleicht schon weil sie Tolstoi hatten und Dostoyevsky aber der moderne Russe des 20. Jahrhunderts ist so pathetisch das nicht auszuhalten die ganze Dichtung von Brodsky ist pathetisch und trotzdem ist sie genial und bei beiden Polen steckt glaube ich immer noch sitzt der Schalk im Nacken und das ist so wie bei den Tschechner ein bisschen Sie für diesen Bruch oder den Erinnerungsverlust da legen Sie immer eine ganze Reihe von Worten an vor allem das Wort Migrant Exzellent mit Milos und mit Brodsky im Gepäck ganz selten und das lehnen Sie auch ab das Wort Spätaussiedler manchmal sprechen Sie vom Heimatlosen solche Worte wie Exzellent Migrant was tragen die aus worin besteht der Unterschied was was bedeuten Sie ich mag ja ich mag diesen ich benutze ihn auch weil ich so viel esse ich so publizistisch schreibe aber ich mag tatsächlich nicht es hat fast 25 Jahre gedauert bis ich im Deutschen das Wort Heimat angefangen habe zu mögen aber Spätaussiedler ist ein sehr problematisches ein sehr problematischer Begriff wo man sieht wie die Bundesrepublik Deutschland mit ihrer ganzen Stauffenberg Ideologie der Slawen gehasst hat scheitert und ich verstehe den Versuch den Begriff der vertriebene Flüchtlinge zu ersetzen aber aufgrund des komplizierten deutschen 20. Jahrhunderts sind manche Vokabeln funktionieren noch nicht und deshalb benutze ich das selten was bedeutet das dass ich vor allem ist das ein schlechtes Deutsch Spätaussiedler ist schon aber Spätaussiedler ist einfach schlechtes Deutsch und das ist ein riesen Problem während Exzellent oder Migrant oder Emigrant das sind weltläufige globale Wörter die jeder versteht und auch wenn mich Freunde belächeln die von Kulturgeschichte nicht verstehen wir hätten zu Hause einen deutschen Schäferhund gehabt und deshalb durften wir in den 80er Jahren nach Deutschland gehen so einfach ist das nicht weil ich wenn man aus Polen oder Israel nach Deutschland kommt dann ist das ein anderes auswandern als für einen Russen oder Italiener in den 50er oder 60er Jahren ich komme aus einem Land in dem der Holocaust stattgefunden hat zum größten Teil und die zweite Vernichtung einer Nation und da bin ich genauso streng wie Tony Judd man darf Holocaust für diese Vernichtung nicht benutzen das ist singulär das ist reserviert aber trotzdem hat so eine zweite Vernichtung stattgefunden und deshalb sprach ich heute von dieser postnationalen Geschichtsperspektive weil ich verstehe zwar manche SPD-Politiker in Deutschland aber trotzdem sind sie nicht allzu sehr diplomatisch weil ich natürlich verstehe dass man in Deutschland diese Perspektive deshalb vor allen Dingen nicht mehr haben will weil man sowieso vor Nationalismus und große Angst hat aufgrund dieses Verbrechens 1933 bis 1945 aber das bedeutet nicht dass andere Völker die zu den Opfern zählen solch eine Perspektive schon haben können ja und deshalb sind ja muss man da sehr differenzieren sehr genau sein weil man dann bestimmte Debatten und die Deutschen sind ein Volk der Debatten dieses Land ist ein Volk der Debatten einfach vermeiden könnte weil sie einfach nicht logisch sind würde ein Philosoph sagen zumindest auf den Begriff des Kosmopolen will ich gleich nochmal kommen ich will noch einen kurzen Blick auf diesen Bruch werfen der ja für Sie doch in Ihrer Biografie und in Ihrem Schreiben ein permanentes Kraftzentrum auch ist Sie dieser Bruch 85 Sie ziehen nach Deutschland hat für mich verschiedene Dimensionen die ich interessant finde also einer irritiert mich besonders als Dichter weiß ich wie sehr das Schreiben wie sehr die Worte irgendwo wurzeln in einem ganz vorbewussten Zustand dort wo man Worte lernt wo man sie zum ersten Mal hört wo man noch gar nicht weiß was Worte sind wo sie Geräusch Klang Musik sind vielleicht auch Mutterleib schon gehört und Sie verlassen gewissermaßen diesen Raum um in eine andere Sprache Fuß zu fassen was waren die Energien wie muss ich mir das vorstellen das ist sehr sehr kompliziert weil Sie was Sie ansprechen weil Stefan Malam zum Beispiel das war eine Dichtung die Miosch sehr gehasst hat weil er gesagt hat wie kann aus dem Nichts Poesie entstehen natürlich kann Poesie aus dem Nichts entstehen Stefan Malam hat das bewiesen zum Beispiel ja auf der einen Seite auf der anderen Seite dieses konkrete was Detail ist das ist in der polnischen Dichtung die komplette die polnische Schule die sich eigentlich fragt wenn ich von einem Tisch ein Fragment oder nur zwei Zentimeter von einem Tischbein sähe was kann ich eigentlich über die Welt sagen was kann ich über den Tisch sagen das ist Bigni Fragment das ist Miosch das ist Dichtung die plötzlich entgegenschwarm dem dem Bitnix in den Vereinigten Staaten aber auch total entgegen dem was eigentlich Rilke Weltinnenraum nennt und das das war neu und das da passt schon der Trakel von dem wir heute auch hier am Rande Sprachen mit den Gästen mit verschiedenen Gästen aufgrund seiner modernen Rhetorik passt oder passt heute viel besser um diese komplizierten eigentlich die Epistemologie betreffenden Prozesse zu beschreiben und das ich bin froh nicht deshalb weil ich die deutsche Dichtung schlechter finde ich mag sie bloß sie ist halt anders aber ich bin froh dass ich direkt aus dieser polnischen Schule komme weil mir diese Erkenntnis theoretischen Sachen näher liegen als womöglich dieser sehr schwer beschreibbare aber dennoch vorhandene Welt in den Raum wie das bei Rilke ist also das ist ja ein Eindruck bei mir als Leser von Übersetzungen dass die polnische Lyrik ja stärker gedanklich ist Philosophie oft auf die Pointe zielt und die deutsche Lyrik eher klanglich arbeitet ja gut in Deutschland darf man nicht so schnell vielleicht die Schublade weil Deutschland so riesig ist Nikolas Bon Rolf-Dieter Brinkmann haben ganz andere Sachen gemacht und die liest man Gedichte von Kudrava zum Beispiel der genauso wie ich sehr explizit die Erfahrung des Kommunismus und Sozialismus erlebt hat dann weiß man dass sehr wohl die deutsche Dichtung das auch kann also man kann ja einfach die Lieder von Biermann nehmen das ist auch eine ausgezeichnete Dichtung letztendlich aber Fakt ist das fand ich schon interessant als ich in den 80ern nach Deutschland kam das Romane 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 muss man ja schreiben damit man überhaupt Schriftsteller ist was für mich völlig neu war weil ich mir dachte ein Schriftsteller schreibt Gedichte Essays und Prosa vielleicht zwei Romane das ist nicht typisch für die polnische Literatur der Romane obwohl er sehr gut geworden ist ich meine Twardoch Tokarczuk sie feiern internationale Erfolge aber auch tatsächlich eine ganz andere Umgangsart mit der Sprache Sprache in Deutschland im Deutschen habe ich mir gedacht wow das ist ja hier so ein riesengroßes Hierarchisches und Heiligtum kann man sagen wo ist die Ironie warum gibt es keine Brechung was man aus dem polnischen kann Sie nehmen in Ihren Texten sehr häufig und heute Abend auch in Ihrem Vortrag wieder explizit eine dritte Identität an eine Art Ideenidentität möchte ich es mal nennen so eine Art Überort ein Bewegungsbild das Bild des Kosmopolen Sie legen in dieses Wort sehr sehr viel hinein es ist ein unglaublich schillerndes Wort also bis hinein in eschatologische und utopische Dimensionen was ist ein Kosmopole diese Frage liebe ich ja genau ich wusste dass Sie was ist ein Kosmopole ein Kosmopole wohnt in der Republik Kosmopolen und er möchte nicht im Land Urlo in der Poetik von William Blake Helle auf Erden leben wie sie zum Beispiel geschaffen worden ist nicht nur von faschisten Kommunisten oder von von Konsum fanatischen Politikern das heißt er lebt sehr ontologisch und existenziell bewusst und fragt sich was ist beständig und warum müssen in erster Linie Muttersprache nationales bewusst sein und die Kulturgeschichte des Heimatlandes vorrangig was eigentlich im 19. Jahrhundert als Fortschritt galt nicht wahr denke ich jetzt an die Texte von Gellner oder was überhaupt Nationalismus sei wie fortschrittlich letztendlich ein Luther war in dem er die Bibel übersetzte aber das Spieß drehte sich um und so diese Überbetonung des positivistischen Denkens des rationalen Denkens und des nationalen Denkens das haben wir in der Republik Kosmopol nicht gerne weil wir für unsere und da hat Hannah Arendt völlig recht im 20. Jahrhundert für die Nationalismen viel zu großen Preis bezahlt haben und wir haben das war natürlich ein sehr moderner schneller Prozess aber er ist meiner Meinung nach kläglich gescheitert und deshalb habe ich Angst tatsächlich auch vor dem Wiederkommen der Nationalismen weil wir haben gesehen das zu nichts führt und irdisch beantworte ich diese Frage aber wenn ich sie geistig beantworten sollte dann würde ich sagen muss sich jeder Mensch insbesondere unsere Regierungen Intellektuellen Künstler Politiker also diejenigen die geistig Europa bleiben wir in Europa gestalten fragen in welcher geistigen Republik sie leben was ist das was ist das für ein Raum es bin ich lebe ich in einem Raum in dem das Absurde regiert und das der Sand regiert weil ich Atheist bin und mir denke wie Gombrowitsch nach dem Tode kommt sowieso nichts dann ist sowieso das Ganze ein absurder Kreislauf der zu nichts führen kann und diese Frage werde ich in der zweiten Vorlesung richtig angehen weil sich diese Frage auch in dem Bruder Karamasov Dostoevsky gestellt hat warum Kinder und es ging ihm um die Erbsünde ständig für die Väter büßen müssen also er stellt diese Frage dann natürlich allegorisch und dann wenn ich das betrachte was welche Fehler die Aufklärung gemacht hat die sehr schön herausgearbeitet hat der Michel Foucault in seinem wunderbaren Essay Was ist Aufklärung auf Kant antwortet habe ich mich gefragt in welcher Republik lebe ich eigentlich und es war mir sofort klar ich kann eigentlich wieder in Deutschland noch in Polen leben ich habe meine eigene geistige Republik und ich lade gerne Gäste ein und wer das Buch ist seit vier Jahren auf dem Markt beziehungsweise im Buchhandel in Polen mittlerweile auch herausgekommen und ich habe kann man sagen mit meiner Ideologie größere Erfolge gefeiert als mit meinen Verkaufszahlen was die Bücher angeht weil viele Menschen in Europa doch mir und mir sagen sie seien auch Kosmopol aber gleichzeitig würde ich das nicht auf die goldene Waage legen ich möchte natürlich auch provozieren und sagen lasst uns unsere europäische Identität erfrischen weil sie sehr verstaubt ist das erzählen ja immer wieder insbesondere die Regierenden tun das gerne wie wichtig Europa sei aber ich weiß nicht ob sie wirklich verstehen was Europa eigentlich ist weil das ein kompliziertes Gebäude ist also ich verstehe dass dieses Wort notwendig ist um seine Funktion zu erfüllen semantisch sehr offen sein muss Sie gestatten mir aber wenn ich wenn ich heute sagen würde ich sei ein Kosmopolit das Wort hat sozusagen die Stärke verloren genau aber jetzt hat dieses Wort Kosmopole natürlich eine Eigenschaft das Wort ist ja im Grunde genommen ein Paradox es verwendet ja eine Nationalbezeichnung für etwas gleichzeitig was die Nationalität übersteigt ich vermute dass diese Pointe bewusst und gewollt ist dass es also nicht um die Negation von Nationalität geht nicht um etwas Drittes sondern irgendwie eine Durchdringung oder wie soll ich das verstehen der Mensch braucht Geheimnisse und ich kann nicht existieren in dem was schon Dostoevsky dem Bruder Karamazov demontiert hat dass ein Sozialismus eine Utopie auf Erden vollkommen scheitern müsse und das ist das Problem dass ich sehr skeptisch bin gegenüber allen die Wahrheiten verkaufen die sagen ich weiß es nach dem Leben gibt es nur den Sand oder ich weiß es es gibt eine Seele muss 500 Millionen mal reinkarnieren um eine bestimmte weitere Ebene zu erreichen das ist das was mich skeptisch macht und deshalb habe ich mir gedacht okay aber trotzdem gibt es Freigeister leidende Kranke die in dem Land Urlo und das ist der einzige richtige Gegner den ich auch habe wo die Überbetonung des Rationalen wo nur der kalte Verstand regiert da möchte ich nicht leben und wozu der kalte Verstand fähig ist wenn er nur so da nackt steht hat man zum Beispiel gesehen in der Volksrepublik Polen oder in der DDR oder speziell im Nationalsozialismus siehe Eichmann der im Prinzip nichts erklären konnte ein Blick fällt auf die Uhr eine letzte Frage will ich aber dazu doch noch stellen weil ich glaube es für die Selbstverständnisse Europas und auch für unsere heutigen Diskussionen innerhalb unserer Gesellschaft über neue aufbrechende Nationalismen eine doch wichtige Frage ist der Kosmopole muss der Kosmopole seine nationale Identität aufgeben nein nein es gibt auch einen gesunden Patriotismus es muss nicht Patriotismus und Konservatismus hat doch nichts mit nationalkonservativen rechtsnationalen zu tun und das ist das Angebot man muss man muss nicht unter diesem Defettismus leiden man kann sein Land das ist eine große Krankheit unter den Immigranten speziell Rüsten und Türken in Deutschland man muss seine Wurzeln nicht ablegen aber man muss open minded sein und nicht narrow minded man muss offen sein für das Land in dem man lebt wenn man das nicht tut dann wird man in diesem Land nicht glücklich und man wird ein Phantom leben also ein Land das es eigentlich aber auch nicht mehr gibt eine reine Idee eine reine Idee also das ist glaube ich an diesem Kosmopolischen schon soweit verständlich und dennoch geht das wie gesagt das werden wir in den weiteren zwei Vorträgen berühren weil wir sprechen jetzt über die irdischen Sachen aber die wichtigste Frage ist was ist aber das Beständige an uns wenn unsere Identitäten so zerbrechlich sind wir wissen doch dass es dieses Sonnensystem nicht einmal irgendwann geben wird so bedeutet dann das für einen Schriftsteller doch der muss sich doch fragen genauso wie Dostoevsky sich das gefragt hat was für eine Identität hat dann der Mensch und das ist doch die Frage die Ivan Karamasov in den Wahnsinn getrieben hat und wenn Literatur das nicht leistet dann hat sie für mich verloren also wenn sie diese Frage nicht stellt wie das literarisch gemacht wird das steht nicht zur Debatte das mag sogar ein schlecht geschriebenes Buch sein oder ein gescheiterter Roman aber diese Frage muss gestellt werden und hier m� sao jetzt das